Gashahn zu. Droht Millionen Rentnern im Winter eine kalte Wohnung? Bundestag lehnt Verbot einer Gassperre ab. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Die Gaspreise explodieren, das wissen wir alle. Millionen Rentner, Millionen Menschen in Deutschland sind in Not. Rund 13 Millionen Menschen in Deutschland leben unterhalb oder knapp überhalb der Armutsgrenze. Auch das ist nichts Neues. Um das Schlimmste für die vielen der betroffenen Menschen, auch Rentnerinnen und Rentner, zu vermeiden, zu verhindern, hat die Fraktion der Linken im Bundestag einen Antrag eingereicht, dass der Bundestag ein Gesetz zur Verhinderung von Strom- und Gassperren für notleidende Rentner und Verbraucher erlässt. Im Jahr 2022, im Jahr 2021 gab es für 4,2 Millionen Menschen Androhungen wegen einer Gas- und Stromsperre. Tatsächlich wurden 239.000 Stromsperren und 26.000 Gassperren ausgeführt. Das hört sich erstmal nicht viel an, aber in der heutigen Situation kann die Sache völlig anders aussehen. Und seit 2022, das wissen wir alle, sind Strom- und Gaspreise für Haushalte weiter rasant angestiegen. Unseren Bürgern drohen durch diese Preiserhöhung horrende Nachzahlungen und deutlich höhere monatliche Abschläge, die sie aus eigener Tasche nicht mehr zahlen können. So die Begründung des Antrags der Linken. Allein beim Gas wird bei einem Durchschnittshaushalt mit einem Verbrauch von 20 Kilowattstunden mit Mehrkosten zwischen 1.000 und 2.000 Euro pro Jahr gerechnet. Einige Energieversorger haben bereits jetzt weitere Preiserhöhungen für den Winter angekündigt. Stellt die Bundesnetzagentur, das ist auch sehr bemerkenswert, zusätzlich zur Alarmstufe des Notfallplans Gas die erhebliche Reduzierung der Gesamtimportmengen nach Deutschland fest, können die Versorger die Preise sogar innerhalb einer Woche an die Kunden und Kundinnen weitergeben. §24 Energiesicherungsgesetz würde das möglich machen. Der Chef der Bundesnetzagentur Müller warnte davor, dass viele Haushalte in einigen Monaten ihre Gasrechnung überhaupt gar nicht mehr bezahlen können. Auch der Wegfall der EEG-Umlage zum 1. Juli 2022 mildert die gestiegenen Gas- und Stromkosten nicht einmal zur Hälfte. Es ist damit zu rechnen, dass Energieunternehmen und Stadtwerke im schlimmsten Fall zu Strom- und Gassperren greifen. Und dann reden wir hier nicht mehr von 26.000 Gassperren, sondern das geht dann in die Hunderttausende. So ist auch die Vermutung der Linken. Um den Menschen Sicherheit einer schweren Zeit zu geben, wollte die Linke mit ihrem Antrag helfen. Und Sie werden sich ja nicht wundern, mit 601 Stimmen des Bundestages, also auch mit der Mehrheit der Stimmen der SPD, FDP und der Grünen, wurde dieser wirklich sinnvolle Vorschlag, der ja nur begrenzt gelten sollte, abgeschmettert. Und Sie werden staunen, meine Damen und Herren, in Belgien, Frankreich und Großbritannien besteht schon seit längerer Zeit weitergehende Maßnahmen zum Schutz bedürftiger Energiekunden und Endkunden. Diese reichen von einem Verbot von Stromsperren, zumindest in den Wintermonaten, über Stromsozialtarife bis hin zu einem rechtlichen Anspruch auf ein Mindestmaß an Stromversorgung zur Sicherung des Tagesbedarfs. Zu all dem ist Deutschland offensichtlich nicht in der Lage. Wir haben wahrscheinlich kein Geld mehr. Also die 200 oder 300 Milliarden für das Doppelwumms-Paket hätten es nicht möglich gemacht, dass wir vielleicht so eine Maßnahme mal begrenzt für eine begrenzte Zeit einführen, damit unsere Menschen in Deutschland, die wirklich von solchen Gas- und Stromsperren betroffen sein können, keine Angst haben müssen, zu Hause in einer kalten Wohnung zu leben oder keinen Strom mehr zu haben, um vielleicht mal den Lichtschalter anzumachen. Viele Menschen und Rentner müssen im Winter mit Gas- und Stromsperren rechnen und das auch mit den Stimmen der SPD und den Grünen. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.